Potendorf ist eine Marktgemeinde mit 6817 Einwohnern im Bezirk Baden in Niederösterreich. Katastralgemeinden sind Landegg, Potendorf, Siegersdorf und Wampersdorf. Geografie Potendorf liegt im Industrieviertel in Niederösterreich, sein Gemeindegebiet grenzt im Osten an das Burgenland. Die Fläche der Marktgemeinde umfasst 39,81 Quadratkilometer, 7,87% der Fläche sind bewaldet. Gemeindegliederung Das Gemeindegebiet umfasst seit 1. Jänner 1972 folgende vier Ortschaften Landegg, Potendorf, Siegersdorf, Wampersdorf. Die Gemeinde besteht aus den Katastralgemeinden Landegg, Potendorf, Siegersdorf und Wampersdorf. Angrenzende Gemeinden sind Geschichte. Seinen Ortsnamen verdankt Potendorf wahrscheinlich einem seiner ersten Siedler, dem im 11. Jahrhundert lebenden, aus dem Geschlecht der Aribonen stammenden Porto. Er gab vermutlich dem Ort, der um die Burg entstand, seinen Namen Potodorf. An anderer Stelle wird einem Rudolf von Potendorf als Erbauer der Burg um 1090 genannt. Die Burg und ihre Besitzer bildeten für lange Zeit das Kernstück des Ortes. Nach mehrmaligem Wechsel der Besitzer und dem Umbau der Burg in ein Wohnschloss erlangte 1665 Vereniggraf Naderstie die Herrschaft über das Schloss. Unter ihm gingen aus der Potendorfer Schlossdruckerei mit Hilfe des Antwerpener Buchdruckers Hieronymus verdussend die sogenannten Potendorfer Drucke hervor. Doch Naderstie war auch in die Magnatenverschwörung gegen Kaiser Leopold I. verwickelt und wurde deshalb in der Potendorfer Burg verhaftet und am 30. April 1671 in Wien hingerichtet. Sein Vermögen wurde beschlagnahmt. Dank eines Schutzbriefes kam Potendorf beim Türken-Einfall 1683 relativ glimpflich davon. In der Burg bezog lediglich eine türkische Abordnung Quartier, die jedoch mit Ende der Belagerung Wiens wieder abzog. Wampersdorf und Landeck hingegen wurden niedergebrannt. 1702 erwarb Grundäcker Thomas Graf Stahemberg die Herrschaft und ließ 1714 bis 1717 nach den Plänen von Lukas von Hildebrand die barocke Pfarrkirche. Erbauen bis 1800 warb Potendorf eine kleine Bauern- und Handwerkergemeinde um die Burg. Spinnerei 1801 plante die K. K. Priv. OCTR, Wiener Leih- und Wechselbank angeregt durch den Aufschwung der englischen Baumwollspinnerei und die dabei erzielten Gewinne, ein ähnliches Unternehmen auch in Österreich ins Leben zu rufen. Die zahlreichen Cotton-Fabriken und Manufakturen im Viertel unter dem Wiener Wald versprachen einen gesicherten Absatzmarkt. Auf der Suche nach einem Mann, der dies auch in Österreich verwirklichen konnte, wurde in Hamburg John Thornton, ein Mechaniker aus Manchester, ausfindig gemacht. Da in England die Ausfuhr von Maschinen oder Plänen für die Spinnerei bei Todesstrafe verboten war, hatte sich Thornton infolge seiner Mediebstahl von Konstruktionsplänen begründeten in absentia Verurteilung nach Hamburg abgesetzt. Thornton entschied sich in seiner Letztauswahl für Portendorf als Standort des zu gründenden Werks. Dafür waren mehrere Gegebenheiten maßgeblich. Erstens die Nutzung der Wasserkraft der Leithaar zum Antrieb der Spinnmaschinen. Zweitens bestand im Ort Portendorf eine im Textilgewerbe bereits ausgebildete Bevölkerung. Drittens wies das Unternehmen eine günstige Absatz- und Verkehrslage nahe der Wiener Neustädter Pforte auf und viertens konnte man aus dem nahen Ungarn billige Arbeitskräfte gewinnen. In 1802 wurde mit dem Bau begonnen, der dann 1804 vollendet wurde. Da es als vorteilhaft erachtet wurde, erwarb Fürst Nikolaus Esterhasi, Gesellschafter der Projektfinanzierenden K. K. Priefgan Manufakturgesellschaft Wien, die Herrschaft Portendorf und überließ bis zur Fertigstellung der Fabriksbauten das herrschaftliche Schloss als Produktionsstätte. Thornton ging mit bemerkenswerter Energie ans Werk, er bezog viele Handwerker des Ortes in die Arbeit ein, Schuhmacher und Sattler zur Fertigung der Antriebsriemen, Tischler für Einrichtung sowie Maschinengestelle Drechsler zur Erzeugung von Garnspulen und Bürstenbinder mussten nun große Bürsten zum Aufkrempeln der Baumwolle erzeugen. Alois Enefelder gelang hier in Zusammenarbeit mit John Thornton bereits 1802 Baumwollstoffe kostengünstig mit der damals neuen Technik der Lithographie zu bedrucken. Thornton ließ ein eigenes Gusswerk bauen, Werkstätten, in denen Pfeilen nach englischer Art erzeugt wurden und eine Ziegelfabrik um die nötigen Bauwerke, fünf- und sechsstückige Faktoreien, zu errichten. Die ersten Spinnmaschinen wurden im Schloss gebaut. Thornton wohnte im gegenüberliegenden Gaubmannhaus. Der Antrieb der ersten Maschinen erfolgte durch Muskelkraft. Erst als der Versuch positiv verlief, begann der Bau des Werkskanales mit den drei großen Wasserrädern. Als Thornton 1813 wegen seiner Verdienste um die österreichische Industrie in den erbländischen Ritterstand erhoben wurde, trat an seine Stelle sein Bruder Jonathan Thornton, der aus England nachgekommen war. Die Spinnfabrik brachte Bewegung in die kleine Ortschaft, die um 1800 etwa 100 Häuser und höchstens 600 Einwohner zählte. Zuwanderer aus vielen Ländern kamen und suchten Arbeit in der neuen Industrie, die Fabriksgesellschaft baute neue Wohnungen und Betriebsstätten. Innerhalb von 30 Jahren wuchs die Bevölkerung auf über 3000 Einwohner. 1835 besaß Portendorfer die größte Baumwollgangspinnmanufaktur der Monarchie. In der Zwischenkriegszeit gehörte das Unternehmen zum böhmischen Textilkonzern Mautner. 1976 schloss die Portendorfer Spinnerei und Felixdorfer Weberei, wie der Betrieb sich nun nannte, seine Pforten. Mit der Errichtung der Portendorfer Spinnerei hatte eine neue Epoche der industriellen Entwicklung begonnen. Die einfache Maschine begann die manuelle Arbeitskraft zu ersetzen. Heute ist Portendorfer eine Wohngemeinde mit kleinstädtischem Charakter. Einwohnerentwicklung Quelle Statistik Austria Bevölkerungsentwicklung von Portendorfer im Juni 2006 waren 6678 Personen in Portendorfer gemeldet. Davon 647 Zweitwohnsitzer Sehenswürdigkeiten Pfarrkirche Portendorf Graf Gundäker Thomas Stahemberg Besitzer der Herrschaft Portendorf beschließt 1710 eine neue große Pfarrkirche zu erbauen. Architekt ist Johann Lukas von Hildebrandt, sein ausführender Maurermeister Franz Jenkel. Die Kaisersteinbrucher Steinmetzmeister Johann Georg Haaresleben, Simon Sasslaber und Franz Trummler lieferten dazu Werksteine aus Kaisersstein. Sie arbeiten auf gleichem Gewinn. Schloss Portendorf Punkt Das Schloss, das den Krieg trotz eines kleineren Bombentreffers weitgehend unversehrt überstanden hatte, ist nach 1945 durch Vernachlässigung und Devastierung zu einer Ruine geworden. Am 4. September 2006 wurde das Schloss Parqueriel über Initiative von Bürgermeister Thomas Sabater Wald einer durch die Marktgemeinde Portendorf angekauft. Im Frühjahr 2008 wurde mit der Revitalisierung des Schlossbergs begonnen. Roter Hof Punkt Durch das Engagement einer Vereinigung aktiver Bürger konnte der Rote Hof, das von der Gemeinde erworbene, traditionelle esterhasische Verwaltungsgebäude in den letzten Jahren zum Großteil saniert und zum Heimatmuseum, umgestaltet werden. Filje Kirche zur Kreuzerhöhung in Landeck Punkt Der Bau geht auf eine Stiftungsurkunde von Frau Regina Katharina Berchtolten aus dem Jahr 1650 zurück und fiel zweimal Verwüstungen erstmals durch die Türken und dann den Wirren des Zweiten Weltkriegs zum Opfer, siehe auch, Liste der denkmalgeschützten Objekte in Portendorf. Politik 1975 Spö 16 Mandate ÖVP 11 Mandate KLS 2 Mandate Bürgermeister Karl Perlinger Vizebürgermeister Anton Fetty 1980 Spö 18 Mandate ÖVP 10 Mandate KLS 1 Mandat Bürgermeister Karl Perlinger Vizebürgermeister Anton Fetty 1985 April Spö 14 Mandate ÖVP 14 Mandate KLS 1 Mandat Auflösung des Gemeinderates in Folge Mandatsrücklegung der ÖVP Mandate 1985 Oktober ÖVP 15 Mandat Spö 13 Mandate KLS 1 Mandat Bürgermeister Helmut Doppler Vizebürgermeister ÖKR Alfred Weber 1990 ÖVP 19 Mandat Spö 10 Mandate Bürgermeister Helmut Doppler Vizebürgermeister ÖKR Alfred Weber 1995 ÖVP 15 Mandat Spö 10 Mandate AFP 3 Mandate UBL 1 Mandat Bürgermeister Helmut Doppler Vizebürgermeister ÖKR Alfred Weber 2000 ÖVP 16 Mandat Spö 11 Mandate AFP 1 Mandat Fp 1 Mandat Bürgermeister Helmut Doppler Vizebürgermeister Die Karl Schwarz 2005 Spö 15 Mandate ÖVP 14 Mandate Bürgermeister ING Thomas Sabater Wald-Einer Vizebürgermeister Johann Kitzinger 2010 Spö 19 Mandate ÖVP 7 Mandate Fp 3 Mandate Bürgermeister ING Thomas Sabater Wald-Einer Vizebürgermeister Johann Kitzinger Wirtschaft und Infrastruktur Nicht-landwirtschaftliche Arbeitsstätten gab es im Jahr 2001-2007. Nach der Erhebung 1999 gab es 72 Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe. Erwerbstätige am Wohnort waren nach der Volkszählung 2001-2529 Personen. Die Erwerbsquote lag 2001 bei 43,86%. Im Jahresdurchschnitt 2003 gab es am Ort 77 Arbeitslose. Persönlichkeiten Gustav Eder, Bürgermeister von Linz